Fürst Moritz von Oranien, Graf von Nassau-Dillenburg war nach der Ermordung seines Vaters Wilhelms des Schweigers, Stadthalter von Holland und Sielend und seit 1589 von Utrecht, Geldern und Ofer Issel sowie Kapitän General der Land- und Seestreitkräfte der Vereinigten Niederlande. Seine Mutter war Anna von Sachsen, Tochter des Kurfürsten Moritz von Sachsen. Leben, Moritz, dessen Erziehung zunächst in Heidelberg und ab 1577 in Breda und Antwerpen stattfand, studierte ab 1583 in Leiden. Nach dem Tod seines Vaters wurde er 1584 als Vorsitzender des Staatsrats der Vereinigten Provinzen berufen. 1585 wählten ihn die Provinzen Holland und Sielend und 1590 auch Utrecht und Ofer Issel sowie 1591 Gelderland zum Stadthalter. 1590 begann er als Oberbefehlshaber mit einer grundlegenden Reorganisation der Vereinigten Armee der niederländischen Provinzen. Vor allem modernisierte und vergrößerte er die Artillerie und verkleinerte die einzelnen operierenden Einheiten. Diese Militärreform legte die Grundlage für seine Feldzüge von 1591 bis 1594 in denen er Geldern, Oberissel, Friesland und Groningen von den Spaniern befreite und die Stadthalterschaft von Geldern und Oberissel erhielt. Die Eroberung von Zütfen, Deventer, Nemwegen, Gertruidenberg sowie von Groningen und viele andere Festungen. Die Schlachten von Törnhaut und Njöfport machten Moritz zu einem der erfolgreichsten Feldherren seiner Zeit. Seine diesbezüglichen Schlachten wurden vom späteren Ratspersonär Antony Duöck als Tagebuch verfasst. Und im 19. Jahrhundert unter dem Namen Journal van Mauritskriegsverrichtingen van 1591 bis 1602 verlegt. Innerhalb von vier Jahren vertrieb er die Spanier aus den sieben Provinzen. 1604 versuchte er durch einen Angriff auf Slice vergeblich, die Spanier zur offenen Feldschlacht und somit zur vorzeitigen Aufgabe ihrer Belagerung von Ostende zu zwingen. In gewissem Sinne war Moritz ein Vorreiter der modernen Kriegführung, in dem er zu den Prinzipien der alten Römer zurückkehrte. Seinem Herr eine feste Organisation gab, nach wissenschaftlichen Grundsätzen den Krieg zu führen und Städte zu belagern begann. Bei den politisch-religiösen Streitigkeiten zwischen Arminianern und Gomaristen stellte sich Moritz zuletzt an die Seite der Gomaristen. Während Moritz die niederländische Unabhängigkeit vor allem militärisch sicherte, betrieb Johann van Oldenbanewelt in erster Linie die politische und diplomatische Festigung dieser Errungenschaft. Anfangs arbeiteten die beiden Männer eng zusammen, 1609 kam es jedoch zum Bruch. Van Oldenbanewelt hatte einen zwölfjährigen Waffenstillstand mit den Spaniern ausgehandelt, den Moritz strikt ablehnte. Zwar kam es in dieser Friedenszeit zu einem spürbaren Wirtschaftsaufschwung, doch die von Moritz von Oranien angestrebte Befreiung auch der südlichen Provinzen war dadurch unmöglich geworden. Zudem unterstützte van Oldenbanewelt die Arminianer. Moritz ließ mit der Mithilfe von François van Essen seinen einstigen Mitstreiter verhaften. Oldenbanewels Verbündete Hugo Grotius und Rom Baut Hogerbeetz wurden zu einer lebenslangen Haft auf der Festung Löwestein verurteilt, und die Amsterdamer Regenten Jakob de Greftier C.K.S.Z. und Cornelis Hoft wurden von Reinier ab auf Zeitweilig ihres Amtes enthoben. Auf der kalvinistischen dort rechter Synode wurde Oldenbanewelt zum Tode verurteilt und 1619 hingerichtet. 1620 wurde Moritz von Oranien Stadthalter, Generaladmiral und Generalkapitän der Provinz Groningen. 1621 positionierte er sich gegen eine Verlängerung des zwölfjährigen Waffenstillstandes mit Spanien. Mitten während der ab 1621 neu aufflammenden Kämpfe gegen Spanien starb Moritz von Oranien während der Belagerung von Breda. Er liegt in der neuen Kirche in Delft begraben. Nachkommen aus einem Verhältnis mit Margarete von Mechellen, Tochter von Cornelis von Mechellen, Wilhelm, Ludwig, Moritz, sowie aus anderen Verhältnissen die unehelichen Kinder Anna, Elisabeth, Karl, Karl Moritz, Eleonora, Mutter, Deliana de Bacca, am 23. März 1642 verheiratet mit Gerhard Bernhard von Pöllnitz. Verschieden ist die Insel Mauritius wurde 1598 nach ihm benannt, als sie vom Admiral Weibrand von Warwick für Holland in Besitz genommen wurde. Nach dem Prinzen von Oranien wurde auch der 1841 neu entstandene Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg auf dem damaligen Köppenicker Feld benannt. Moritz von Oranien gründete das Gestüt Dillenburg und ließ dort mit dem Dillenburger Rumsnasen eine eigene Pferderasse züchten.